hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay folgendes leute ich hatte was aufgenommen gemacht und getan nur das problem war dass der sound doppelt übertragen wurde jetzt die frage an euch ist ob ich es trotzdem hochladen soll und dann eventuell ja als eigentlich kacke egal wie ich es mal deshalb ich habe den kampf mit der mia geskippt leute mache ich jetzt weiter hier war der nächste 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 chance zu speichern und zwar ja gut die mia wie ihr schon in dem video gesehen habt wo ich gestorben bin im vierten da habe ich sie halt abgeknallt und ja dann kam halt einer von der psycho familie dem er gleich noch im verlauf eventuell sehen werden und hat mich dann niedergeboxt und verschleppt leute hey was denn scheiße geht direkt das telefon gehen wir noch mal dran deal oder no deal gut gemacht diesen so ich stimmts wer zum teufel sind diese leute wenn du am leben bleiben willst du musst aus dem haus raus gleich gibt's einen weg durch die eingangshalle okay und das teil an deinem handgelenk ist ein kodex verlier nicht er ist wichtig reizendes mädchen müssen wir uns jetzt auf jeden fall brutal als noch habe ich bin behindert oder was wenn man macht zu die scheiße kann man nichts rausnehmen leute hier können wir auch nichts aufmachen hier haben wir was denn hier kann man nichts mit anfangen mit dem schuh von der will ich jetzt noch nicht hingehen halb maul bitte halt einfach dein maul pistolen munition ist schon mal sehr gut dort können wir arbeiten ja chill doch ich komme doch wenn wir mich abpacken oder so machen sie auf machen sie auf machen sie auf ich bin so hey sie müssen mir helfen also wohnen sie hier ich meine ist das ihr grundstück was ich nein nein okay uns haben kürzlich mehrere anrufe über vermisste personen erreicht sie verstehen nicht ich muss hier raus beruhigen sie sich sie hören mir nicht zu in diesem haus gibt es irre die mich umlegen wollen verdammt sie haben na gut ich sage ihnen folgendes sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben okay machen sie die witze es wurden mehrere personen vermisst gemeldet und ich kann nicht ausschließen dass ein außenstehender wie sie daran beteiligt ist okay ich sage ihnen was sie wollen okay das ging schon besser gut retten wir uns in der garage doch reden wir hey halt geben sie mir ihre pistole sie haben wohl den die mimik von ihm schauen sie officer hey deputy genau deputy wollen sie meinen Namen in den todesanzeigen lesen oder wollen sie in hell sein und mein leben retten gebt mir ein mess ein verdammtes taschenmesser hier nehmen sie es mehr kriegen sie nicht los jetzt garage sofort garage sofort was soll ich mit einem messer damit kann ich nichts anfangen hier hier fehlt doch was haben wir dafür was hier dafür haben wir noch nichts ые die anex 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 amy weil ich so billige waffen habe hier leute mal hier was richtiges kriegen ja wegzimmern scheiße alle ab und drücken hier ist der kollege wir müssen hier raus verdammt zuerst erzählen sie mir was wir müssen gehen ich erzähle ihnen das alles gleich die garage sie würden mir nicht glauben wenn ich ihnen erzählen also hinterher wurde zerfistet ich werde jeden einzelnen Der zeigt noch, ich soll zu ihm kommen, werde ich dich pissen, Alter. Was ist hier los, Mann? Hey, wo ist der hin, der Zigeuner? Oh, wer ist das? Was kommt denn? Haha, hier ist klar, Alter. Auf einmal ist alles gefickt worden hier. Alter. Ja, Baby. Ah, Puls geht noch. Oh, ich sehe ihn. Oh Junge, schau was du angestellt hast, schaff's, Kerl! Haha, ist doch klar, dass er mich hoch... Der aussieht, ne? Okay, 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 okay... Ist hier ne Leiter? War die vor... ne, die war vorher... Oh, ne Knarre! Sonst hier haben wir eben noch mal umsehen, eh... Erste Hilfe nehmen wir auch mit... Tag, erste Hilfe haben wir uns gebastelt... Puh! Boah! Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was wunderbares sehen! Scheiße! Wichser, alter, fetter Opa... Gibt's doch nicht... Spasti! Ui, guck mal, abdrehen hier, wa? Ochsenstatus, sowas... Ah, für die Tür, Leute! Für die Tür! Schon wieder alles so knallrot bei ihm hier... Gefällt mir nicht! Wieder alles knallrot, oder was? So... So ein... Esel Ficker, ah... Ja, ich bin hier... ... 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 muss ja auch nicht so wichtig gewesen sein easy die Tür haben wir Flüssige Chemikalien Guy Hunter Uhrpendel Oh Ich werde dran gehen Boah Das ist dein Vater Das war einmal Es tut mir leid aber Aber er ist jetzt tot Puh Du bekommst das vielleicht sogar hin Was Was hinbekommen Du musst was für mich tun Aber ich kann das jetzt nicht erklären Ja Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel Aber du musst einen Weg aus dem Haus finden Okay Ich werde mich wieder Weg aus dem Haus finden Leute Verlangt ziemlich viel die alte Eine Mensa Eine Mensa Eine Mensa Da fehlt auch wieder was Aber da haben wir nichts für Da haben wir nichts für Das war die Tür nach da wieder ne Ja Hier brauchen wir doch vorhin auch so ein Uhrpendel Schauen wir mal Ob das sonst irgendwie helfen kann War hier oder? Genau Kann das was? Aha Weißer Hundecke Würde ich zurück haben Was soll das denn War das bestimmt ein Kopf für die Für die Tür nach draußen oder? Schauen wir doch mal Tatsächlich Tatsächlich Das haben wir Ok Was? Oh Komm mal Ist da Soll mich in Ruhe lassen auf jeden Fall Kann ich nichts entnehmen ok Scheiße Riech die Tür auf? Und ne Münze Nein Natürlich riech die Tür nicht auf hier gibt es auch nichts kann ich die abknallen warum knallt die Tür zu ich habe was für die Tür hier 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 ich sag's euch Kassette rein Film ab Leute, Film ab hier 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 nach links und dann geht wieder rein du gehst nach links gehst wieder rein Sie geht nach links Oh, ein sexy Popo Geh wieder rein Nein, 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 nein Okay, sie geht rein Halt dein Maul, ey Oh, sie ist immer noch hier Wir öffnen unser Zuhause Wir öffnen unsere Waffen Und was machst du? Ich will das haben Warum? Kann ich das nur da hinlegen? Ich will das doch haben Okay, jetzt kann ich das anklicken So, ich muss das hier so Zeig machen, ne Ja, flott Schnell, er ist hier weg Drecksladen Komm, wenigstens helfe ich dir mir Das Kind ist schon wieder weg, Leute Das Kind ist weg Das Kind ist weg Du, du Bleib genau da, du kleines Miststück Nein, die Hure Geh zurück auf dein Zimmer Nein, verkackt, alter Geh zurück auf dein Zimmer Nein, nein Geh 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 Du kennst auch Wenn die alte Hure angerannt kommt Da, hört auf Scheiße ganz alles was du tun musst ist ihre verdammte gabe anzunehmen wir lieben dich warum siehst du das nicht nehmt uns an haupt bloß ab wir wissen dass wir einiges nicht wissen und du passt verdammt noch mal nicht auf nein 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 was Was? Was ist denn? Was ist denn hier? Nein! Nein! Was passiert hier? Nein du Futzer, alter! Scheine auf deine Fritz-Gammer, alter Nein! 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 Nio, komm! Komm! Easy! Ja, netter Fernseher! Wir müssen eine OLED-TV sein, ja? Also die Farben... Ah, das ist schon... Brutal! Alter Freunde, Freunde, Freunde! Das war noch ein Moment. Das war noch ein Moment. Das war noch ein Moment. Ich würde aber auch sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal einen Cut und Ben das Ganze. Falls euch das Let's Play gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, eine Bewertung da und bleibt am Ball Leute, um keine weitere Folge oder andere Folgen zu verpassen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss! Und tschüss! Ich glaube, ich bin ganz gut. Herr Leere ist einer Ahnung... Vielen Dank.